Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, wir sind jetzt ins Schloss hoch. Das war eine aufregende Zeit bis da hoch und sehr interessant. Wir haben einiges erlebt, einiges gesehen, lief aber auch wirklich gut. Und gemeinsam haben wir das eigentlich ganz gut runterdrückt. Also ich mache mal kurz den Einkauf in einem nach oben Schlepper, weil zweimal auf ist keine Option. Wobei ich kenne das, ich bin auch so. Ich bin tatsächlich auch so. Das kommt mir bekannt vor. So, wir machen es wie immer. Wir gucken sie alles an. Kerzen haben wir hier. Gemälde alter Herrscher, dann... Okay, das zählt für alle Gemälde. Hier haben wir einen pausierten Film. Oha. Ich glaube, es ist Rambo Teil 3, wenn man nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist Sylvester Stallone hier. So vom Gefühl. Der junge Sly. DJ. Okay, wir haben hier einen DJ, einen Schloss-DJ. Vertrauter Typ. Wir haben einen Wappen. Okay, und mehr sehen wir noch nicht. Alles klar, wir gucken uns die Kerzen an. Ja, Mona, was willst du sagen? Was? Jetzt habe ich nicht aufpasst. Na, nicht die Katze, die Kerzen. Schön warm und flimmernd. Ja. Ich kann weiter starren. Ist das, ist das der Lord of Light? Lady B hat Hunger und bereitet sie euch sich, was? Für sich, ich überlese mir das früher. Für sich und die Wikinger-Schildmaiden-Essen zu. Mahlzeiten. So, und was gibt es jetzt für die Wikinger-Schildmaiden? Ich dachte, du hast es schon gegessen. Ja, eben. Dreh hier gleich durch. Weil, weil, warum drehst du durch? Nicht durchdrehen. Nicht den Monetaren schreien. Eine totale Brandgefahr, aber sehr atmosphärisch. Ich komme nichts mit wegen der Kids. Man kennt's noch. Mona, man kennt's. Tut ja nichts an, nicht schlimm. Nicht schlimm, ich lauf hier nicht weg. Mona zieht sie den branden neuen G1-Hoodie über und prallt damit am Drachenboot. Das ist eine weise Entscheidung. Das ist eine sehr weise Entscheidung. Den brauche ich jetzt. Eine sehr weise Entscheidung. Oh wow. Die Katze ist pelzig, sie braucht keine Wärme. Jetzt wisst ihr Bescheid. Etwas viele Spiele wie immer, hey, großes Schloss schwer sauber zu halten. Da ist was dran. Keiner. Alter, kein einziger glattrasierter Lord, so wie ich sehe. Entschuldigung, wo kann's denn auch einen glattrasierten Herrscher geben? Also, wo kommen wir denn da hin? Okay. Schauen wir noch. Nicht viel anfangen damit. Wir schauen uns mal den pausierten Film genauer an, ob ich recht hab mit Rambo 3. Ach, das ist ein Rapper. Was ist die Faszination hier? Ich weiß nicht, Mann. Ja, ja, es ist dein kleiner Freund. Wir haben uns getroffen. Da hinten sitzt auch jemand, das scheinbar der Herrscher zu sein. Keine Zeit für Filme. Ich brauche sie fokussiert. Gut. Also, noch mehr Kerzen, die wären aber nichts anderes. Oh doch, wohnen sie. Tatsächlich. Okay. Nö, ist dasselbe. Okay. Alles klar, wird dasselbe triggert. Keine neuen Texte. Wappen haben wir hier noch. Wenn ich jemals eine Familie im Wappen komme, dann mit einem Drachen. Definitiv. Damit ihr es wisst, ja. Das haben wir wieder einiges gelernt. Haben wir da einen Vertrauten-Typ. Nicht das gleiche als der in Foro Modis, aber trotzdem, woher weiß ich ihn von? Just kidding. Es ist Vlad the Impaler. Vlad the Impaler. Vlad the Impaler. Vlad is his descendant. Hm, who knows. You know, he really wasn't a vampire. Seriously. Most gruesome accounts of his deeds were likely exaggerated. Mostly by Saxons who he had mad beef with. Bitte! Bitte! Kitty hat schon wieder genug von uns. Kitty ist schon wieder einfach so, Euda bitte hör einfach auf. Okay, wir haben den DJ noch. Noch mehr Kerzen. Oben müssen wir dann schauen. Hier haben wir einen Vlad. Noch mehr Gemälde, alter Herrscher. Da geht es auch noch weiter. Weiter ins Schloss geht es hier rein. Was ist hier hoch? Können wir hochgehen auch? Würde es da auch noch weiter gehen? Ich will immer, bevor ich etwas träge, alles abchecken. Ach, tatsächlich. Okay. Hier geht es dann auch noch weiter. Aber sag nicht darüber auch noch. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, wie riesig ist das Schloss denn? Das ist ja fast wie meine luxuriöse Bude hier. Ach du Kacke und hier auch. Okay. Okay. Also Chat, ihr habt es schon gesehen. Da haben wir wieder einiges zum angucken definitiv. Ist jetzt für dein DJ mein output. Das ist ein ... ... DJ Wald? Ich weiß nicht. Er ist wirklich mit nicht auf dem R 같아 getäuscht. Er ist schon verrückt, das nur so ein Geräusch. Er ist mir halt noch komplexer zu mit probablyern. Haha. Ich bin nicht auf das, Yo. Du sprichst mit ihm. Ich bin nicht auf das Kastler. Das ist der Ruler des Kastles. Er hat eine sehr urbanen Vibe rund um ihn. Schöne Kornröse, das muss ich sagen. Er ist ein viibender Junge, aber das ist sicher. Was ist denn eine Voivode, oder? Uff. Er ignoriert mich. Okay, der spricht auch nicht mit uns. Aber stimmt mit den allen nicht. Das ist ja wie mein Chat heute. Und lass mich nicht trollen. Alles gut. Hier waren wir noch irgendwo. Das sind die Gemälde alter Hersteller. Die werden wieder das gleiche sein wie drüben, nehme ich an. Oh. Ein bisschen Cobb wäre, aber hey, ein großes Kastler. Harder zu clean halten. Nicht nur eine clean... Ja, ja, doch. Das haben wir schön. An die glatt rasierten Lord-Saga kann ich mich erinnern. Okay, dann gehen wir weiter ins Schloss. Vorausgesetzt, hier geht es weiter. Wir haben kein Pfeil. Ich bin nicht sehr überzeugt, dass ich mich da reinbekommen muss. Ja. Ja. Das ist meine Destination. Ja. Was macht er jetzt? Guck, guck, Mona. Ach, der T-J kann sprechen. Unless... Was? Chill. Ich war zu da. Unless... ...defeaten sie Flod in der Krieg. Oh, Mann. Kids wieder ruhig gestellt. Haha. Versuch. Für den Moment. Unless... Wir wissen alle, es kann natürlich jeden Moment auch wieder umschlagen. Ach, Vlad im Kampf besiegen. Aha. Okay. Ab 1930... Ne, 19.30 ist ja alles gut. Ist der Bettzeit? Ja, wenn er mich ignoriert. Früher hat man ein Duell gefordert, wenn man jemanden mit dem Handschuh zu einer Fede herausgefordert hat, oder? Ich habe keine Handschuhe nicht. Was ist, wenn ich mir Abfall ins Gesicht werfe, eventuell? Oh, come on. I'm above that. Na ja, gut. Okay. Ich denke, ich finde, das war eine gute Idee. Ich denke, die bekommen mit, was gerade so passiert ist, deswegen sie aufmüffeln. Ja, klar. Ja, natürlich tun sie das, ne? Aber das spielt sie ein. Das spielt sie definitiv ein. Bettzeit, yes. Dann kehrt Ruhe ein. Gut, wir nehmen einfach mal den Weg... Oh, warte, da war ein Banner. Mist. Egal. Egal. Wir gucken sie alles an. Was haben wir hier? Glockenturm. Gleich mal einen Glockenturm gefunden im Schloss. Der ist aber ziemlich, ziemlich dunkel hier. Hier gibt es auch nicht viel. Echt außer der Truhe und, ja, der Truhe und nix. Ja. Ja, ja, ja. Eine sehr gothische Schuss. Gottisch, aussehende Truhe. Ich will jetzt irgendwie in der Truhe sehen. Ja, verstehe ich. Es war klar, oder? Mit dem richtigen Werkzeug leicht auseinandernehmen? Ja, dann würde ich sagen, unsere Gabel eignet sie doch perfekt, oder? Schau dir mal die Gabel an. Die ist ja ein perfekter Schlossöffner. Tada! Ein Kampfhandschuh! Was habe ich euch gerade gesagt, Chad? Wie man jemanden zum Duell fordert? Mit einem Handschuh. Ich wusste es. Erzähl mir was über das Mittelalter, ne? Geil! Geil, geil, geil. Wo geht es denn hier wieder raus? Ich weiß zwar, wie man jemanden zu einem Kampf... Ah, aber ich finde die Tür nicht mehr, ne? Top. Sehr gut. Läuft. Dann gehe ich wieder runter da. Oder sollen wir da vorne, warte mal, die Banner noch anschauen? Ne, hör auf. Top. Ach Gott, jetzt lädst du wieder alles runter. Oh, no. Das weiß ich doch. Warum erzählst du mir das jetzt wieder? Warum erzählst du mir das... Hä? Stimmt denn mit ihm nicht? Ah, okay. Oh, das sieht aber toll aus hier. Muss ich mal kurz aus dem Bild gehen. Damit man das voll genießen kann. Ohne meinen Face mit drauf. Ich kann mein Haus von hier aus sehen. Das war gerade das Achievement. Wir stehen hier. Hier ist der Turm. Den wir vorher von außen beobachten wollten. Wo er meinte, ja, der kann ich mir von hier nicht angucken. Oh, wie weit man halt einfach ran zoomen kann. Oh, wie cool. Aber wofür, tatsächlich? Kann ich hier nichts machen außer dem Turm begutachten? Wow, das ist ziemlich die Sicht. Gut, dieselbe Aussage haben wir vorher auch schon gehört. Wir stehen hier am Fenster und können das Schloss beobachten. Finde ich super. Dann schauen wir da auf der anderen Seite. Wahrscheinlich schauen wir da auch beim Fenster raus, nehme ich an. Aber wir lassen uns überraschen. Weil da geht es ja auch noch wo lang. Ja, siehst du, auf einmal ist es doch nicht mehr so riesig, das Schloss. Ja, ja, ja. Aber irgendeinen Grund hat es bestimmt, warum man hier links und rechts beim Fenster rausgucken kann. So, jetzt die goldene Frage, mache ich noch Sport oder schiebe ich die halbe Stunde Cardio auf morgen? Die Frage ist, was willst du mit einer halben Stunde Cardio bezwecken? Also, no front jetzt. Aber Cardio unter 60 Minuten ist schwierig. Grenzwertig. Sage ich jetzt einmal vorsichtig. Schiebe sie auf morgen und mache eine Stunde draus, dann ist es besser. Kostenloser Brot-Tipp von mir. Gut, fürs Gefühl langt's. Gut, gut, das langt. Das langt, mein Lieber. Schauen wir mal, nee, ist hier das Gleiche. Aber das mit dem Aufschieben ist auch immer so eine Sache. Wenn man damit mal anfängt, gell, so. Auch immer mies. Außerdem sage ich immer, eine halbe Stunde Cardio ist besser als gar kein Cardio. Aber das ist unbestritten. Aber man muss fairerweise dazu sagen, alles unter eine Stunde. Gerade bei Fahrradfahren und solchen Dingen ist. Also wertlos ist es nicht. So will ich es nicht betiteln. Das habe ich zwar auch schon gehört. Aber nicht zweckmäßig. Sagen wir es einmal so. Sagen wir es einmal so. Ja, klingt nach einem Plan. Aber da musst du durchziehen. Morgen. Morgen gibt es dann keinen. Ich verschiebe auf morgen. Gut, wir haben den Kampf. Es ist nicht effektiv. Ja. Sozusagen, ja. Gut, wir haben den Kampfhandschuh. Das heißt, wir werden den Vlad jetzt zum Duell fordern. Warum auch immer. Wir schleudern ihm das... Wie formell. Ziehen das Ding. Was? Leck mir morsch. Es tut uns leid, aber die Art dieses Rätsels hat es unmöglich gemacht, es in deine Sprache zu übersetzen. Du kannst es auf Englisch ausprobieren oder einfach jederzeit auf die Schaltfläche diesen Teil überspringen. Klicken. Du wirst nichts verpassen, was für die Handlung wichtig ist. What the fuck? Echt jetzt? Na komm, wir probieren das auf Englisch. Äh, ja. Mach ich auch, dann ist morgen einfach auch kein Muskelkater mehr da. Guter Plan. Wobei Cardio grundsätzlich beim Muskelkater gar nicht schlecht ist. Aber, guter Plan. So, ja egal, ich probiere das. Dann probieren wir das auf Englisch. Schauen wir mal. Äh, genau Alex, du sagst es. So, wir haben Vlad zum Duell herausgefordert. Ja, here's the thing I'm telling all contenders all the time. First of all, y'all gotta have a throne before you go for mine. You just need my cellar for replacement. Ever since back in the days when your mama kicked you off the basement. Äh. Talk about castle. Und, wo ist jetzt der Text dazu? Nice castle. Please excuse me if I'm laughing still. I've only seen more cobwebs on the shelf where you keep your rapping skills only. Geiler Scheiß. Hätten sie sich schon ein bisschen Mühe geben können. Das hättet sie sich ruhig auch übersetzen können. Das wär schon gegangen. Das wollte nur keiner machen. Jetzt hab ich natürlich nicht aufpasst, was er gesagt hat. Haha. Oh je. Oh je. Komm, ja, Rap Battle. Wir versuchen das noch einmal. Nö, das nicht. Aber du könntest es ja grundsätzlich auf andere Art und Weise umtexten. In 1 zu 1 wirst du es nicht übersetzen können. Das war aber jetzt ein guter Konter. Also da würde ich jetzt da drauf gehen. Aber wie gesagt, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ein kleines Label oder eine kleine Firma, die dieses Gang gemacht haben. Dafür ist es großartig. Okay, ich glaube jetzt raus, oder? Nö. Schwierig. Das ist allgemein schwierig, weil die Texte variieren auch. Das wird schwierig. Also das tatsächlich jetzt auch mit meinem Englischkenntnis, weil wir verstehen schon im Großen und Ganzen, was es hier geht. Aber ich glaube, das wird schwierig, wenn ich ein bisschen mehr unterstütze, wäre es vielleicht einfacher. Aber das ist schwer, es ist halt, wie du sagst, alleine das jetzt aufs Deutsche übersetzen, dann zu gucken, mit was konterst du am besten, dann musst du aber wieder gucken, weil dem seine Antworten, du hast ja dann nur diese Auswahlmöglichkeiten, Rap über das Castle, also über das Schloss, über seinen Gegner oder wie auch immer. Und du weißt dann ja auch, wie dann etwas wirkliches Antworten kommt, das ist dann so schwierig, 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 schwierig. Wir machen ja, wir überspringen das, wie gesagt, auf dem es halt auf Deutsch ist, das ist mir zu mühsam und wenn es nicht für die Ding ist, ähm... Nachdem es der Geschichte relevant ist, ist es auch wurscht. Die zwei, oder? Die zwei betteln sich auch in einer Tour. Aber Kitty ist großartig, ich mag das. Oh, schau! Vlad gewährt unser Eintritt. So, was passiert hier? Was ist überhaupt passiert? Warum bin ich Ihnen jetzt gefesselt? Was habe ich jetzt verpasst? Hä? Was habe ich jetzt verpasst? Was habe ich jetzt verpasst? Was habe ich jetzt verpasst? Was? wie? Also wenn's läuft... Ich habe ja in der trêsatur begleitet. Und wagen mal zwei, ein Schatz? Aber nur zwei Surren? Hab' ich schonheres Video der Necronomicon gesagt? Nein. готов' schatz'rigalbaraste Passt... Frauange. Warum? Auf... Das ist, das ist, das ist verrückt, Okay, das ist spannend. Was habe ich jetzt gerade übersehen? Warum sind wir jetzt gefesselt? Weil das Peace hier jetzt ist und wir wieder in einem Ding sind. Okay, soviel zu dem Thema, das Rätsel war, wobei relevant kann es wirklich nicht gewesen sein, weil wir sind ja noch selbstständig hier in diesen Raum reingegangen und auf einmal finden wir uns gefesselt wieder. Hä? Ich habe gerade ganz, ganz viele Fragezeichen über den Kopf tatsächlich, und weiß nicht warum. Also habe ich irgendwas jetzt übersehen? Nö, ne? Oh nein, ich sehe schon ein Planetenrätsel auf uns zukommen. Oh ja. Oh ja. Es scheint so. Also es ist nicht so abwegig. Mal wieder. Hatten wir das nicht erst in Madison? So, wir haben uns schon beruhigt. Warum hast du meinen Freund gefesselt? Hast du was von deinem komischen Kumpel da drüben rausbekommen? Ach, wir sind jetzt Kitty. Ach, wir sind jetzt Kitty. Ach, wie muss die Cam ausmachen? Also das ist eine blöde Szene hier, weil der eine Charakter nämlich drunter sitzt, die Piece da drunter sitzt. Aber irgendwie fehlt mir jetzt gerade was. Und? Vielleicht. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Wir sind auf der gleichen Seite. Als schnell du mich entiehst, Kitty. Du hast noch gehalten? Ach. Hör. Ich und Buzz haben hier oben hier zu suchen, dich zu suchen. Dein Vater hat uns geholfen. Oh ja, sicher. Wenn das so ist, warum hast du ihn nicht verholt? Denken wir es als eine ... ... educative Pursuit. Er hat gerade lernen, mich zu stoppen, zu überestimieren. Oh nein. Also wenn wir auf der gleichen Seite sind, setze mich frei. In Zeitpunkt habe ich erst ein bisschen planetärer Mist zu machen. Hör. Puh. Okay, das ist spannend. Also wie gesagt, ich checke gerade nicht, was hier passiert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und scheint mir wohl so. Bei euch hat das jetzt auch keiner so richtig mitbekommen, was hier ... Was hier jetzt abgegangen ist tatsächlich. Ich meine auch, ich habe jetzt nichts übersehen, weil ich glaube, wir sind in dieser Szene gewechselt. Auf einmal sind wir hier gelandet. Ohne irgendwie an Zusammenhang. Also sollte, wie gesagt, jemand doch irgendwie was, keine Ahnung, gesehen haben. Ich verstehe es gerade überhaupt. Ich verstehe es gerade überhaupt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben hier auf jeden Fall, wie Alex schon sagt, einen Haufen Planeten. Das lässt nichts Gutes ahnen. Wir haben hier eine obere linke Taste, eine mittlere Taste und eine obere rechte Taste. Dann wird es wohl eine untere auch geben, oder nicht? Ach du Scheiße. Wir stecken hier alles über den Kopf in ein Rätsel und wissen nicht warum. Was soll das? Aber wir sind Kita. Kita ist cool. Der Uranus ist auch mit am Start. Mach die Camp wieder an derweil. Müssen wir halt wieder irgendwie in einen Dialog kommen oder so. Sprungbedingungen passen nicht. Aha. Aha. Okay. Okay. Und auf diesem Bedienfeld. Hä? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach so. Da kannst du mit dem Bedienfeld kannst du die Planeten anpassen. Was ist denn das für Taste da unten? Da kannst du es zurücksetzen. Okay. cool. Das war es mir auch ein bisschen.